ja hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen video zum deutschen aktienindex ich habe ja sonst am morgen immer den markt von neuem mit der city zusammen gemacht aber der fehlt mir tatsächlich und als dax trader muss ich natürlich trotzdem immer einen blick auf den deutschen aktienindex auch am frühen morgen werfen und ja warum den nicht mit euch teilen und deswegen gibt es heute auch mal einen dax ausblick mal außergewöhnlich auf unserem kanal nicht nur am mittag um 13 uhr sondern eben auch mal morgens in der früh und auch das aus relativ gutem grund denn im markt könnte so ein kleiner turnaround anstehen das schauen wir uns gleich ein bisschen genauer an bevor wir das können gibt es aber den risiko hinweis das video ist hier keine empfehlung zum kauf oder verkauf von finanzinstrumenten und ihr kennt es das video ist natürlich auch nur meine meinung ja wie sieht es aus ich habe euch mal den future mitgebracht tatsächlich dass wir uns hier mal das große bild anschauen im deutschen aktienindex bzw im future ich selbst mag den future als solches mehr und lieber einfach weil er auch eben direkt handelbar ist nichtsdestotrotz die rahmenbedingungen sind natürlich ähnlich mit dem unterschied dass der future länger gehandelt wird und dass er b meistens immer auf einem etwas anderen preisniveau handelt in der regel hat er einen aufschlag gegenüber dem deutschen aktienindex das heißt die punkte hier stimmen immer nicht genau überein aber was eben sehr deutlich wird ist dass wir im rahmen des des bullenmarktes der uns ja schon seit dem letzten jahr seit november begleitet dass wir dort jetzt zuletzt eine korrektur eingeleitet haben die war muss man ganz ehrlich sagen schon relativ geradlinig also der kurs ist hier in den letzten anderthalb wochen schon sehr geradlinig zurückgekommen und wer sich erinnert im rahmen dessen habe ich im deutschen aktienindex hier so ein erstes zwischenziel ausgerufen aus der konsolidierung von mitte märz und dieses zwischenziel haben wir gestern erreicht und ihr seht im future der markt hat dort ganz blitzsauber nach oben reagiert ganz stark gepusht das heißt wir haben die volumen zone dann als support bestätigt der markt wurde gekauft und heute hält sich der dax da quasi im beziehungsweise der future in sehr hohen bereich in 3d gab es sogar schon einen kleinen ausbruch nach oben schauen wir uns gleich noch mal genauer an und das ist für mich jetzt im großen bild eine ganz gute ausgangsbasis um zumindest mal eine gewisse stabilisierung einzuleiten support fortgeschrittene konsolidierung korrektur bullische kerze da passt einiges zusammen schauen wir uns das ganze jetzt mal im 30 minuten chart an damit wir da ein bisschen rein zoomen können dann seht ihr auch hier ein sehr schöner abwärtstrend eine sehr schöne abwärtsbewegung auch der trendkanal hat super cool gepasst ich bin ja eigentlich nicht so ein freund davon hier mit schrägen linien zu arbeiten aber das hat mal relativ gut geklappt jetzt würde ich gerne noch das volumenprofil von gestern hier anschauen also vom täglichen rahmen und dann sieht man eben auch dass wir im markt momentan so kleinen bullischen aufstand proben wir haben hier den point of control gestern ausgebildet in diesem preisbereich und diesen preisbereich durchbrechen wir jetzt zumindest im sehr frühen vorbörstlichen handel nach oben die mit eröffnung 8 uhr kommt ja ein bisschen mehr volumen auch in den future schon rein als im nachthandel und ihr seht wir versuchen hier diese kleine konsolidierung und den volumen schwerpunkt von gestern nach oben auszuhebeln fehlt natürlich jetzt noch der anstieg über das gestrige tageshoch im future also über diese knapp 18.350 punkte und das wäre jetzt der rahmen in dem wir uns bewegen wie könnte es jetzt heute weitergehen ich fände folgendes ideal im deutschen aktien index es muss jetzt nicht gleich direkt nach oben gehen es kann direkt nach oben gehen wichtig wäre mir vor allen dingen eher ich mache mal den pfeil ein wenig andersrum und jetzt hätte ich beinahe alles runtergeschmissen hier den pfeil ein wenig andersrum mir wäre wichtig falls jetzt direkt noch nicht oben durchkommen dass wir hier den support im bereich von 18.240 18.230 punkten halten also auch den heutigen tagestiefbereich und dass wir dann möglichst einen push nach oben bekommen aus dem trendkanal heraus und dann könnten wir jetzt mit blick auch auf die nächsten tage in richtung 18.450 punkte 18.500 punkte im future durchstarten und dafür haben wir momentan chance nummer eins die ich hier angezeichnet habe also so ein bisschen tau ziehen aber im oberen bereich des futures und dort die 18.250 wir kaufen das gleich auch noch mal am dax an punkt nummer zwei wäre auch noch möglich wäre aber so ein kleiner ich sag mal ich sag mal wehrmutstropfen falls man sich hier oben nicht halten kann und dann im laufe des tages noch mal ein bisschen stückchen tiefer auktioniert wären auch die 18.175 punkte 18.150 punkte noch mal so eine support zone von wo aus man durchstarten könnte wäre dann zwei variante zwei und variante drei in meinen augen dann natürlich relativ klar die ausbrüche da oben funktionieren nicht wir bleiben bärisch und der markt fällt direkt auf ein neues tief ab und verkauft dann dementsprechend auch die in die gestrige tageskirche entschuldigt bin noch immer gesundheitlich ein bisschen angeschlagen nichtsdestotrotz das ist so für mich die heute die ausgangsbasis im deutschen aktien index bin ich mal gespannt was der markt daraus macht wie gesagt ich habe gesagt wir schauen auch kurz noch mal auf den dax selbst damit wir uns das dort auch noch mal anschauen können da sieht man es ihr seht hier nicht ganz so deutlich aber wir sehen hier die konsolidierungs zone die wir erreicht haben und jetzt die mögliche stabilisierung wir stehen ja momentan schon eher im oberen bereich der gestrigen tageskerze schauen wir da auch noch mal rein dann passt das auch und ihr seht hier im grunde eine sehr ähnliche konstruktion wir stehen hier oben um diese 18.070 punkte herum und versuchen hier die 18.100 punkte auszutriggern mit zielen in richtung 18.250 18.350 punkte das ist so mein rahmen dem wir uns heute bewegen könnten auch heute beziehungsweise in den nächsten tagen schauen wir mal was der deutsche aktienindex daraus macht bin gespannt wie wir dann auch wirklich den freitagshandel erledigen wir schauen uns und hören uns ja wenn ihr wollt auf alle fälle noch mal um 13 Uhr gibt es nämlich den ganz typischen dax am mittag für meine morgensendung soll es das aber gewesen sein ich drücke euch bis zum mittag dann auf alle fälle die daumen wünscht euch gutes gelingen und guten start in den freitagshandel